Köln, eine Woche nach dem atemberaubenden Finale von Let's Dance durften am Freitagabend ausschließlich die Profis noch einmal ihr ganzes Können unter Beweis stellen. Ein Paar konnte sich am Ende durchsetzen. Erst in der vergangenen Woche hatte sich Gabriel Kelly, 22, an der Seite von Malika Chumev, 33, den unter Promis begehrten Titel des Dancing Star 2024 sichern können. Nun waren sämtliche Tanzprofis gefragt, um sich mit einem Sieg einen kleinen Vorteil für die kommende Staffel zu sichern. Neben Valentin Lusin, 37, und Massimo Sinato, 43, gingen auch unter anderem Ekaterina Leonova, 37, mit Paul Lorenz, 37, und Anastasia Stan, 26, und Evgeny Vinokurov, 33, an den Start. Ausgerechnet das Männer-Duo konnte sich am Ende des Abends durchsetzen, die namhafte Konkurrenz hinter sich lassen und sich über den Bonus-Ranking-Punkt freuen. Heißt, diesen dürfen sie bis zur vierten Show der neuen Staffel einlösen, um sich mit ihrem Promi-Tänzer einen Voting-Vorteil zu sichern. Gabriel Kelly und Malika Chumev heizen Gerüchte an für Furore auf und abseits des Tanzparketts hatten in den vergangenen Wochen neben dem Siegerteam der Profi-Challenge auch Gabriel und Malika gesorgt. Nur wenige Minuten nach dem gemeinsamen Triumph stellte der Kelly Nachwuchs klar, seine komplette Gage in Tanzstunden mit der 33-Jährigen investieren zu wollen. Ich weiß, das wird viel kosten, aber die ganze Let's Dance-Gage werde ich dafür ausgeben, versprach er. Ohnehin wurde zuletzt viel darüber spekuliert, ob es zwischen den beiden Siegern möglicherweise gefunkt hätte. Alles Quatsch, sagen zumindest Gabriel und Malika selbst. Beide sind seit Jahren mit ihren Partnern zusammen und während der Reise bei Let's Dance zu guten Freunden geworden. Ich glaube, man merkt, dass wir gerade gar nicht glauben können, was passiert ist, rang die Russin nach dem Sieg um Worte.